Ja, willkommen zurück. Wir sind wahnsinnig. In der letzten Folge hat vieles nicht geklappt, wie es eigentlich sollte. Deswegen mache ich jetzt mal folgendes. Ohohoho, warte. Tut mir übrigens leid, dass ich in der letzten Folge geschädet habe, aber mir ist echt die Birne durchgebrannt. Ich wusste auch geil, da hast du die Augen. Augen, Augen. Deswegen habe ich alles angezündet. Das war ja überhaupt nicht so, wie ich das eigentlich geplant hatte. Wo sind denn hier die Blumen, bitte? Hungergürtel. Was? Heißer Kürbis? Aha. Glühwürmchen. Granatapfelkerne. Echt mal, das hat überhaupt nicht funktioniert, wie ich das eigentlich wollte. Kilderbiene. Kebab. Aha, es gibt Kebab. Kabelsalat. Der ist gut. Hasing. Was ist denn das? Leeres Feld. Ich will mich natürlich nicht extrem schieden. Ich werde es nur mal um die Blumen finden. Denn Blumen sind toll. Ein Trotor und Menü. Spinnenhut. Ein Schlürfer. Ja, es gibt eine ganze, ganze Menge Sachen. Entschuldigung. Entschuldigung, müssen doch die Blumen sein. Da. Dunkle Blütenblätter. Ich muss mal eben meine Sanity wieder nach oben kriegen. Äh, scheiße. Das bringt ja die Sanity nicht noch um. Was bringt die Sanity noch um? Ja, damit kann ich mich zumindest heilen. Ja. Irgendwie muss man doch das Zeug Lebensspende-Amulett. Ich nehme es mal. Was bringt das? Ich weiß übrigens nicht, was passiert, wenn das komplett noch auf Null sinkt. Das kann jedenfalls nicht gut sein. Allraune. 1160. Bam. Okay, das bringt also alle Raunen. Heute mal eine Folge mit ein bisschen erkunden und schauen, was passiert mit dem. Man kann auch so eine Suppe machen. Ey, das bringt das ja nicht. Könnte ich mir davon eine ganze Menge machen. Prinzipiell. Entwicklungsamulett. Mhm. Eine Handvoll Marmelade. Süß. Sack. Kann man auch falsch verstehen. Gebiss. Zweite Hand. Ich finde diese Übersetzung schon gar nicht schlecht. Früchte Mischung. Das ist ja überwiegend Futter hier. Aber was ich suche, ist keine Glühbirne, sondern was ganz Bestimmtes. Eigentlich nicht Bestimmtes, aber Hasenodenschützer. Ah, na. Honig. Hondius Schutius. Okay. Kurbelding. Wo man immer noch nicht weiß, was es eigentlich ist. Popcorn. Hm. Warte mal, bringen diese Bonbons Sanity. Mal ein Toffee nehmen. Oh ja, die hauen hat zwar Hilfe raus, aber... Wenn ich davon wenig genug esse, dann könnte das auch was bringen. Also Toffee ist gut. Stapel Luftballons. Oh. Der Stapel hat nichts gebracht. Das ist toll. Der Stapel hat nichts gebracht. Unpassende Knöpfe. Zelligstapel ist wahrscheinlich so ein universal Töterding. Bring die. Sanity Fernführer, davon nehme ich ein paar Stück. Weil die dreht mir noch ab. Ihr seht es doch selbst. Ich habe doch eine Panflöde, ne? Die könnte, glaube ich, auch noch was bringen. Sogar wildes Feuerzeug könnte ich mir herholen. Düm, 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 düm. Oh, das wird tatsächlich weniger. Alter, endlich ist dieses komische... Das ist ja echt ein mieser Effekt. Jetzt können wir wieder was machen. Habe ich noch diese... Den Flammstab habe ich nicht. Macht aber auch nichts. Dünner. Ich würde ihn hier scheiße liegen lassen. Leider sind meine ganzen Strohvorräte weg. Das ist schon übel. Naja. Manchmal war es jetzt auch der gesamte Rest weg, den ich hatte. Dafür brauche ich jetzt mal Zweige. Nein, die Bäume sterben. Die Bäume sterben ab. Die Bäume sterben ab. Ich brauche Holz. Und ein paar große Bäume fällen hier. Bevor sie uns eingehen hier. Es sollte ein Feuer... Ich sehe nichts. Oh, der Hut gefällt mir. Das ist schön. Bisschen mehr Holz brauche ich schon. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Wieder nach oben. Da sind ja... Ach, Zweige. Verdorben. Da habe ich wieder irgendwas liegen lassen. So. Ich muss da hoch zum Feuer. Und den mal schnell anzünden. So. Und, äh... Ja, was nun? Den lassen wir da drin. Okay. Dann können wir jetzt mal gucken. Was können wir da machen? Eine Heugabel. Versetze den Boden. Hm. Ich könnte ja was mit Stein machen. Ich würde sagen, Alchemie ist, glaube ich, besser, oder? Diese Alchemie-Sache. Alchemie-Maschine. Ja, das ist, glaube ich, das Nächste, was ich brauche. Okay, ich habe lustiges Zeug. Ein Lebensspender-Amulett. Ich lege noch mal was drauf. Nur, um sicher zu sein. Ach, das ist ja schon gekocht. Huch. Dauerlauf. Hm. Ist ja echt ärgerlich, dass ich gestorben bin. So, in dieser Folge... Ja, in dieser Folge vor allen Dingen. Was? Was? Habt ihr es gehört? Das kommt von links. Das ist sehr merkwürdig. Komische Geräusche von links. Hm. Dabei ist hier nichts. Dum, 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 dum. Ich laufe nach rechts. Ich laufe nach rechts. Hasen-Menschen. Rebel-Humans. Es wird abgespeichert. Aha. Ein Holzhacker. Ein Holzhacker. Ich sollte übrigens mehr rechts hacken. Das, was ich als nächstes mache, ist eine ganze Ecke an Sachen. Beziehungsweise nicht an Sachen her. Ich... Ah, komm. Geh weg. Shit. Mit dunklen Klinge kann man die nicht fällen, oder? Na. Tja. Ach, die Sende-Tick geht wieder runter. Das ist auch nichts zum Aushalten. Gut. Gut, ähm. Ach, dünge doch mal da. Können wir mit dem Dorf noch was anfangen? Ja. Es ist Brennmaterial. Das ist auch schön. Okay, ähm. Mit der Sende-Tick geht's back up. Wie immer. Warnung. Ihr seht es auch, ne? Tja. Boah. Ups. Ist natürlich die Frage, wessen Mod war das? Ich habe nämlich schon einige Mods drin, ne? Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ha. Ha.